Beinahe schon ein Vierteljahrhundert gibt es Optik-Tiber in Schladming. Nach so vielen Jahren entschloss man sich, den Verkaufsraum neu zu gestalten. Umgesetzt wurde der Umbau bei vollem Betrieb und ausschließlich mit heimischen Partnern. Und es wäre nicht Optik-Tiber, hätte man sich nicht noch etwas einfallen lassen. Die Idee zu diesem Gewinnspiel ist entstanden, weil wir gesagt haben, jetzt bauen wir um. Wir haben vor dem Geschäft einen Container stehen gehabt und haben natürlich uns Gedanken gemacht, wie können wir jetzt bei unseren Leuten, bei unseren Kunden Danke sagen, dass sie uns trotzdem die Treue gehalten haben, dass sie zu uns einkaufen können. Und deswegen haben wir gesagt, wir verlosen zwei Fahrräder, zwei E-Bikes. Ja und mit Hilfe von zahlreichen Sponsoren, bei denen ich mich recht, recht herzlich bedanken möchte, ist das möglich gewesen. Die Verlosung wurde durch die Zusammenarbeit mit namhaften Sponsoren möglich. Das Glücksengel Matthias war es schließlich, der aus allen Gewinnkarten die zwei glücklichen Gewinnerinnen zog. Rita Felsner und Katrin Mitterwallner. Bei der Übergabe der Bikes zeigten sie sich überglücklich. Ich war total überrascht, dass ich gewonnen habe. Ich habe mich voll gefreut und bin überglücklich, dass ich heute das Rall in Empfang nehmen darf. Ich bin eine leidenschaftliche Wandererin und auch eine leidenschaftliche Bikerin. Natürlich mit dem E-Bike ist es natürlich leichter und einfacher. Vor allem ist es schon riesig auf die Sommermonate. Die Neugestaltung des Verkaufsraums war mehr als bloße Kosmetik. Dieser Umbau, den wir da jetzt gemacht haben, ist für alle, glaube ich, eine ganz große Bereicherung. Für uns natürlich die, die da arbeiten und für die Kunden, die sich jetzt herieren können, die ein riesengroßes Angebot haben, das wirklich ganz, ganz toll präsentiert werden kann. Und ich denke jetzt einmal, dass das nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne war. Karin Thiebe ist zu Recht stolz auf die neuen Räumlichkeiten, aber auch dankbar. Den Unternehmen, mit denen dieser Umbau so reibungslos funktioniert hat, den Partnern, die sich beim Gewinnspiel eingebracht haben und nicht zuletzt den Kundinnen und Kunden, die oft schon Jahrzehnte die Treue halten. Es bleibt nur noch eines zu sagen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn Sie uns besuchen kämen, wenn Sie in unser nächstes Geschäft kämen. Bis zum nächsten Mal.